Wurdest du versorgt? Ich hab Medizin bekommen. Du riechst nach Alkohol. Ich hatte ja auch. Was hattest du? Gideon. Cocktail. Er ist äußerst wirkungsvoll. Ach so, Gideon hat ja seinen Spezialkocktail gemacht. Und unterwegs hatte ich auch das ein oder andere Schlückchen. Ich nehme an, deshalb kommst du nicht mehr vom Sessel hoch. Ja, ich würd sagen, so ungefähr könnte man das ausdrücken, so ungefähr. Genauso, nicht ungefähr. Halt! Stopp! Wie entscheide ich? Verfall nicht gleich in Panik. Ist es in deinem Liebesroman nicht genauso? Da hat der Ritter die Prinzessin auch getragen. Ich bin die Ruhe selbst. Du musst schon ziemlich betrunken sein, so wie du rumlalst. Halt dich an mir fest. Und übergib dich nicht. Ich übergebe mich doch nicht. Ich hab mich noch nie in meinem ganzen Leben übergeben. Ist alles nur deine Schuhe. Na klar, wie immer. Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe, selbstgeist BERN das Schuhe. Vielen Dank.